hallo leute ich spiele zwar den fußballmanager mit der hertha ich wünsche euch viel spaß beim zuschauen und schulden euch über liken kommentar und nabofreund vielen dank so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 spielt ja das war aber keine gute flanke ja jetzt könnte ich was entwickeln diese aktion muss es freistoß geben ganz klar der kopf hier den ball nach vorne genau in den winkel ein tor mit absoluten seltenheitswert klasse gemacht ja jetzt haben sie zumindest erst mal einen komfortablen vorsprung das war nicht einfach auf die distanz genau den eigenen mann die erste hauptzeit ist vorbei 2 zu 0 der spielstand wir sind gespannt darauf was die zweite zeit bringen wird so wie sie bereits die offensive per kopf weitergeleitet das hat er gut gesehen und damit ist der ball erst mal weit weg von seinem tor guter spielzug ja und dieser abwehrspieler lässt überhaupt nichts anbrennen das ist für mich eine karte das ist überhaupt keine frage so jetzt muss er ganz vorsichtig sein eingang runterschalten nach der verwahrung ach das ist doch viel zu klein liegt vom schiedsrichter ausgelegt und sowas läuft unter dem oberbegriff ballkontrolle da geht es ja beim risiko ein hinten in der verteidigung auch wenn jetzt hier auf abseits entschieden wurde richtig so und daraus könnte sich jetzt etwas entwickeln wenn er flanken ja da steckt er die flanke genau auf den verteidiger jetzt die augen nur nach abtor so wichtig erstklassig ein fantastisches tor ja und das ist um es mal vorsichtig zu formulieren dann eine ziemlich bescheidener leistung des keepers er ist ganz klar der schwachpunkt im tiefen so den ball haben sie schon mal jetzt müssen sie nur noch kapital aus der situation schlagen das war ein guter kopfball deshalb die das war ein richtiger zuckerpass und jetzt spielen sie die abwehr schwindelig und ein weiterer treffer ist gefallen wir schauen sie doch mal wie er den ball trifft das ist das tor des spiels des tor des monats ach vielleicht sogar das tor des jahres also so langsam müssen sie es aber gemerkt haben dass das ganz gefährlicher spieler ist hat er schon zweimal getroffen das war beim letzten augenblick dass er da irgendwie mit den fingerspitzen noch hinkommt der torhüter oder schauen wir uns jetzt noch mal aus der nähe an abseits ja oder nein ich kann von hier oben sehen dass sich noch eine reihe von spieler da haben wir der seite aus dem gewahr machen da fällt der schuss nicht schwer dass der trainer gleich mindestens einer auswechslung vornehmen jetzt bin ich mal gespannt ob er die möglichkeit nutzt um zu flanken und tor unglaublich was für ein jubel was war denn das für ein ding unglaublich wie aus dem leerbuch und hier sieht man in der wiederholung die abseitenstellung noch mal ganz deutlich so mindestens eine auswechslung steht bevor das scheint festzustehen und gesehen die spieler machen sich da am spielfeldrand doch schon intensiv warm bereiten sie auf einen einsatz vor und vorerst ist die gefahr gebannt und so soll das aussehen nutze die schoß und bei der gelegenheit muss er jetzt hier das tor erzielen der passt nicht mal weit nach vorne ich glaube der flack gleich und jetzt hat der trainer seit wechselkontingent voll ausgeschöpft hat drei frische spieler was für ein tor was für ein tolles tor was hatte der schon für chancen heute gut ab von dem spiel hat nicht aufgegeben und jetzt hat er das tor erzielt ja gut wie sie sich auf dem spielfeld verschieden den gegner ins abseit stellen ja und die wiederholung zeigt deutlich das war schon korrekt entschieden ja das ist doch eine ganz klare aktion gewesen da muss es freistoß geben genau richtig gesehen das sieht schön aus das hat er gut gemacht und jetzt müssen sie hinten aufpassen keiner macht den kanzler zittert die latte mein lieber mann den ball nach vorne gepasst und der flankenball war ja viel zu dicht vor das tor gezogen überhaupt kein problem für den keeper ganz weiter ball vom keeper und es wird signalisiert da unten vier minuten müssen nachgespielt werden ganz souverän so eine gelegenheit bekommt er heute nicht mehr den ball hat er weit gepasst und gut ja jetzt könnte sich hier was entwickeln sie ab junge mal kommt gut heute wird der tor hätte hier richtig warm geschossen der ball ist im aus das geht weg ja aber mit dem eckball kann er den torhüter nun beim besten will nicht in verlegenheit bringen der torwart will kein risiko angehen klärt das ist keine gute defensivarbeit und jetzt haben sie die möglichkeit mit den fingerspitzen war er noch dran aber die situation ist noch nicht bereinigt so das gibt eckball das ist eine möglichkeit klar haben wir ja heute schon reichlich gesehen und jetzt fällt noch ein tor oh das ist unglaublich diese technik ein klasse tor ja und wenn man so führt dann klappt und da ist der schusspfiff das hinspiel haben sie gewonnen und das könnte ja vielleicht schon eine vorentscheidung sein in bezug auf das rückspiel so das war doch eine spannende partie ich hoffe sie hat ihnen gefallen und wir sagen dankeschön und verabschieden uns bei ihnen wir das sind der sebastian hellmann und tom beyer tschüss so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, da gehört schon eine Portion Mut dazu. Abgewährt, aber die Situation ist noch nicht geklärt. Klare Entscheidung des Schiedsrichters, das muss Abstoß geben. So haben sie das im Training geübt. Oh, per Kopf, warum nicht? So, die erste Halbzeit ist vorbei, es steht 2 zu 2. Also wenn man sich überlegt, wie viel Glück dabei war, dass das Spiel noch offen ist. Es würde mich nicht wundern, wenn wir hier am Ende noch einen klaren Sieger sehen würden. Also wenn man sich überlegt, wie viel Glück dabei war. Freuen Sie sich mit uns auf die zweite Halbzeit, es geht wieder los. Und da zeigt er Übersicht und spielt den Ball lang und genau. Der Gegner kommt ja gar nicht an den Ball ran. Und da musst du die Lücke erstmal finden. Die stehen hinten so kompakt. Ja, und hier die klare Entscheidung. Abstoß. Jetzt muss die Abwehr aufpassen. Ja, fehl Pass. Und da raus. Jetzt wird's kommen. Jetzt kommt. Den muss er doch eigentlich verwandeln. Und achten Sie mal drauf, der wird gleich flank. Flank in den Strafraum und überhaupt kein Problem für den Torhüter. Ja, und da legt der Torhüter seine ganze Kraft in diesen Ball. Ja, jetzt könnte sich was entwickeln. Und es hat nur noch unglaublich, dass er an den Ball überhaupt noch angekommen ist. Da müssen wir den Stürmer kritisieren und den Torhüter loben. Also wie er den noch hält, Weltklasse. Jetzt ist er ganz frei durch. Und jetzt geht hier im Stadion die Post ab. Was für ein Tor. Ein Tor mit absolutem Seltenheitswert. Klasse gemacht. Und jetzt sind sie ausgekontert worden. Tja, man kann schon fast sagen nach Strich und Faden. Der Ball war gerade eben noch frei. Aber nur ganz kurz ist er da. Ha, wunderbar gesehen. In den 16er. Ja, klasse. Wie der Abwehrspieler da mitgespielt. Was für ein Tor. Da hält es natürlich keinen mehr auf den Sitzen. Was für ein Tor. Erste Auswechslung des Trainers in dieser Begegnung. Und da macht er sein drittes Tor in einem Pokalfinale. Unglaublich, unfassbar. Jetzt heißt es eigentlich nur noch Nervenbewahren. Der ist drin. Oh, das ist unglaublich. Diese Technik. Ein klasse Tor. Das Trainer ist seine zweite Malte. Also wenn er dann nach dem Spiel zum Akteur des Tages gewählt wird. Dann eher Patrick. Ja, da will er den Ball ein bisschen mehr als ein Gegenspieler. Schon hat er sich da durchgesetzt. Ja, da hat er gut aufgepasst. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er die Möglichkeit nutzt, um zu flanken. Ja, das ist doch eine ganz klare Aktion gewesen. Da muss es Freistoß geben. Die vielversprechende Position. Jetzt müssen sie nur noch was draus machen. Und so sieht ein Pass aus. So, jetzt erstmal wieder Ruhe ins Spiel bringen. Der Verteidiger hat den Ball. Und das passt. Und der ist drin. Und die Fans sind da auf Feier. Was für ein Tor. Was für ein tolles Tor. Und zum dritten Mal wechselt er aus, der Trainer. Und damit ist das Kontingent erschöpft. Und er spielt hier die Abwehr förmlich, schwindlig. Schon sein zweiter Treffer in dieser Partie. Und jetzt bietet sich die Gelegenheit. Nutzt er die Chance. Fantastisch die Parade. Da muss er sich ganz, ganz lang machen. Klasse Kopfball. Da sieht er die Lücke. Und vorerst ist die Gefahr gebannt. Ja, das sieht gut aus. Und die Zuschauer sehen, auf diese Abwehr ist verlassen. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Jetzt müsste er eigentlich flanken. Schöne Flanke. So, und jetzt schaffen sie das hier doch noch. Das war ein ungeheuer wichtiges Tor für seine Mannschaft. Jetzt ist hier wieder alles möglich. Und wenn sie jetzt noch ausgleichen, da bin ich sicher, dann steht das Stadion hier Kopf. Aber schauen wir auf die... Ja, und sie haben es geschafft. Und der Schiedsüter pfeift das Spiel ab. Und die Mannschaft feiert. Sie sind eine Runde weiter. So, liebe Zuschauer, das war's. Ich glaube, zu der Partie ist alles gesagt. Wir bedanken uns beiden für die Aufmerksamkeit und verabschieden uns. Wir, das sind Sebastian Hellmann und Tom Bayer. Bis dann. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und der Torwart denkt sich bloß erstmal raus aus der Gefahrenzone Ein perfekter weiter Ball Das hat ja auch lange genug gedauert heute hier bis zum ersten Tor Wahnsinn! Was für ein tolles Tor! Und der trifft unglaublich tatsächlich schon bei seinem ersten Einsatz für seinen neuen Verein Knapp sechs Minuten haben sie gebraucht, um den ersten Treffer zu erzielen Und das war gut gespielt, ja, Passspiel gehört zu seinen Stärken Das war für jeden ersichtlich hier im Stadion ein klares Foul und das muss die gelbe Karte gehen Oh, da hat er sich dumm angestellt im Zweikampf, natürlich sieht er deswegen gelb aus Oh, das war natürlich dumm, noch so eine Aktion und er sieht rot Und was kann der normalerweise gut schließen? Der hat die Schusstechnik, der hat das Gefühl und dann sowas Und das sieht so leicht aus So locker, wie der mit dem Ball umgeht So, den Platz hat er, wenn er jetzt noch eine gute Flanke schlägt Ah, den hat er gut gehalten, aber für den Sturm ist noch was drin So, jetzt hinter dem Ball, das könnte eine gute Möglichkeit werden Und das müsste jetzt den Treffer geben Superparade des Torhüters Das hat der Torhüter gut gemacht, wie er auf den Spieler zuläuft Toll beendet von ihm diese Aktion Da ohne Torhüter drischt den Ball über das Feld So, jetzt versucht er es mit einer Flanke Ja, da hat er gut mitgespielt, der Torwart holt sich den Ball Ja, bloß weg damit Klasse, wie er den freien Mann sieht, super Pass Ja, faul, aber der Schusstechnik da gibt wohl keine gelbe Karte Klug gespielt Ja, die Situation richtig eingeschätzt und zunächst mal die Gefahr bereinigt Und der Lagerball findet auch noch einen mitspieler perfekt und das sieht gefährlich aus flach in den avi adn noch gehalten hat da müssen wir den stürmer kritisieren und den torhüter loben also wie er dennoch hält weltklasse wunderbar gesehen da und der fünfte schützlich dass er fort hier völlig zurecht es gibt freistoß knappe entscheidung der ball prallt von der mauer der passt perfekt schauen sie mal was auf die tribünen los ist darauf haben die fans doch gewartet auf so ein schönes tor das ist unglaublich wie der diese freistöße schießt viel gefühl mit viel effekt der ball ist im tor aus und damit abstoß ein pass wie aus dem lehrbuch da jetzt die frage behälter die nerven nur noch ein abwehrspieler steht zwischen ihm und dem tor klasse wie er den hält und er hat ja kaum zeit gehabt das ist ja ein weltklasse dribbling wie macht er das überhaupt an die latte und zurück ins spiel und was für ein treffer absolute spitzen klasse und das macht er mit viel gefühl und am ende ist der ball im tor erstklassig ein fantastisches tor und aus diesem langen ball könnte sich eine gefährliche situation ergeben auch wenn den keiner will dann nehme ich mir eben den ball so und jetzt nach dem ball hat er die möglichkeit so was läuft unter dem oberbegriff ballkontrolle also ich glaube das ist ein klares ergebnis zur pause wenn sie so weit spiel und dann wird gar nichts mehr anbrennen im zweiten durch wir sind gespannt darauf was die zweite halbzeit bringen wird so wir sind bereit zur zweiten halbzeit schiedsrichter auch spieler sind alle da auf geht's und vorerst ist die gefahr gebannt klasse aktion ja gehalten aber die situation ist nicht bereinigt klasse zu spiel klasse wie der abwehrspieler das gemacht hat klasse schönes zu spiel jetzt dafür hat er das auge klasse gespielt nutze die chance und der welt macht ein tor was für wichtiges das ist doch perfekt gemacht den trifft er doch blenden das ist das tor des monats spieler machen sich warm und das spielfelds und äh mein liebermann genau richtig gespielt ja das kopfballspiel das ist halt eine große stärke von ihm so den muss er jetzt verwandeln doch schlechtere greifen daneben gerade hätten sie die führung gut und gerne ein bisschen ausbauen können und dann sind die meter zum tor erfolg gefehlt auch die ich auch ja Und jetzt läuft das Spiel wieder komplett in die andere Richtung. Und da sieht man wieder die Klasse dieses Spielers. Das ist gerade auch bei den langen Bällen. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Er weiß, wie man es macht. Mühelos fängt der Keeper diese Flanke ab. Der Torhüter macht das Spiel seines Lebens zum Unglaublich, was dieser Mann leistet. Weit nach vorne geschlagen. Genau auf den Keeper. Ja, und er hat einfach den Blick für das Spiel. Und der lange Ball kommt an. Ja, das Stellungsspiel war gefordert. Und er stand richtig. Absolut Spitze. Da macht ihm keiner was vor im Kremling. Und der geht ganz knapp vorbei. Ja, das war ganz knapp. Und sie hätten ihre Führung durchaus ausbauen können. Ein weiterer frischer Spieler auf dem Feld. Damit der zweite Wechsel läuft. Und der weiterer Abstoß vom Torhüter in Richtung Flügel. Und jetzt haben sie die Turm gelegt. Das war ein guter Einsatz des Verteidigers hier. Super Wendel. Und jetzt geht er vorbei. Jetzt ist er da. Und sie haben die Chance genutzt. Und diesen wichtigen Treffer erzielt. Der Trainer wechselt aus. Oh, was war denn das für ein Ding? Unglaublich. Und das war ein hervorragender Abstoß. Aber vergessen wir nicht den großartigen Pass, der diese Chance ja letzten Endes erst im Glück hat. Und den hat er super rausgeholt. Ja, klasse, direkt umgesetzt das Passspiel. Klasse, Reflex des Torhüters. Er hat zwar deutlich mehr zu tun als sein Gegenüber, aber bis jetzt ist er hier der Garant für den Sieg seiner Mannschaft. So, und dafür bekommt der gefreute Spieler einen Freistoß zugesprochen. Ja, so sieht ein Volley aus. Eigentlich war der schon drin, aber irgendwie war der Torhüter noch dran. Ja, das sieht gut aus. Ja, Schuss. Und der bleibt in der Gegnerischen Abwehr. Und da sieht man in der Mannschaft, stimmt's. Ja, gut abgewehrt, aber noch nicht geklärt. Ja, und jetzt muss er neue Impulse setzen, der Trainer. Und womit macht man das? Mit einer Auswechslung bringt einen frischen Spieler auf den Platz. Ja, das könnte eine Möglichkeit geben. Oh, das könnte Abseits gewesen sein. Müssen wir uns noch mal anschauen. Ja, lang ist nicht mehr zu spielen. Spannung ist natürlich raus. Und die letzten Momente dieser Begegnung werden da auch nichts mehr dran machen. Ja, ein schöner Pass. Da waren die Zuschauer schon aufgesprungen. Fast alle hatten den Ball drin gesehen. Und er bringt die Fingerspitzen noch dazwischen. So, jetzt geht's wieder in die andere Richtung. Und so sieht ein Pass aus. Und er findet den freien Mann. Im letzten Augenblick noch soeben geklärt. Der Ball ist im Aus. Das gibt Eckbahn. Er hat ihn hätte vielleicht auch fangen können, aber er geht auf Nummer sicher. Wählt lieber die Faustabwehr. So, Achtung. Das könnte gefährlich werden. So, da ist der Schusspfiff. Und die Mannschaft geht als Sieger vom Platz. Sie können alle zufrieden sein. Spieler, Trainer und auch die Fans. Und die Mannschaft geht als Sieger vom Platz. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was für eine Übersicht, was für ein Ball Jetzt ist er durch, jetzt ist er vorbei Oh, das war kein guter Pass, da ist er gleich dazwischen Klasse wie er den spielt, ja wenn das kein klarer Freistoß war, dann weiß ich es auch nicht mehr Da kann sich der Spieler beim Schiedsrichter bedanken, dass er für diese Aktion keine Karte sieht Er köpft den Ball aus dem ZDF, 2020 Er köpft den Ball aus dem Stratraum, Riesenmöglichkeit Der Klasse wie er da zum Tor zieht, hat nur noch einen Abwehrspieler vor sich Ja da muss er einen anderen Pass spielen, so ist das Ganze kein Problem für den Verteidiger Und daraus könnte sich jetzt etwas entwickeln Und super wie er diesen Ball noch rausholt Ja das sah doch eigentlich nach einem sicheren Tor aus, aber der Keeper hat ausgezeichnet pariert Ja und so hat der Torwart erstmal souverän geklärt Ja das ist das Ergebnis, wenn du als Abwehrspieler gut stehst Der Ball ist noch heiß Das gibt eine Ecke So, gute Forstabwehr und jetzt müssen sie neu aufbauen Ah toll, so jetzt wird es gefährlich Er trifft Ja und hören Sie mal, was jetzt auf den Rängen los ist Ein wunderschön Gut gespielt und da wusste er sofort, wohin der Ball muss Guter Spielzug Und da musst du die Lücke erstmal finden Die stehen hinten so kompakt Und das Dribbling So, jetzt müssen die Verteidiger aufpassen Herrliche Flanke Präzise gespielt So, schönes Zuspiel, vielleicht die Chance jetzt Aber ein ganz schlechter Flankenball So eine Gelegenheit bekommt er heute nicht mehr So, das war jetzt aber ein richtiger Befreiungsschlag Ja das war ein klasse Kopfball So, jetzt warten Sie damit So, den muss er jetzt vorbei Jetzt die Augen nur nach Schauen Sie mal In die Gesichter der Fans Da kann man ablesen, wie wichtig dieser Treffer ist Ja, das ist weltklasse Fußball Was für ein Tor Also der braucht ja eine ganze Menge Torchancen Aber irgendwann trifft er dann doch So wie in dieser Situation Der Gegner kommt ja gar nicht an den Ball ran Und irgendwie bringt der Verteidiger da noch einen Fuß hin Ja und der Ball ist noch im Spiel Ah, der war schon unter der Linie Es gibt Eckball Ja, für die Flanke bedankt er sich Hat den Ball ganz so weit Weg mit dem Ball Ja, das ist ganz enge Spiel Da ist die erste Hälfte schon vorbei Und das ist wichtig Die ganze Abwehr steht kompakt Und da kommt die Pfeil Da gehört schon eine Portion Mut dazu Sich in diesen Ball noch hineinzuwerfen Und der geht rein Und der geht rein Und das ist jetzt hier der Kusslöser für den ganzen Dosenkupel auf dem Spiel Ja, das ganze Stadion ist aus dem Holz nehmen Was für ein unglaubliches Tor Perfekt gemacht Also dafür hat er auch gerackert Für dieses Tor Das er jetzt endlich, endlich erzielt hat Gute Möglichkeit zum Flanken Oh, Achtung Oh, Klasse, wie er den hält Und der hat ja kaum Zeit gehabt Ja, wenn sie das Spiel hier gewinnen Dann können sie sich ausschließlich bei ihrem hervorragenden Torhüter heute bedanken Ja, und damit ist der Ball Und mit diesem Stand von 3 zu 1 Gehen beide Mannschaften erstmal in die Hochkleideräume Und mit der Kuss Ja, dann schauen wir mal, wie die Trainer ihre Teams auf die zweite Halbzeit eingestellt haben. Oh, schöner Pass, das macht Spaß. Weit weg vom Tor, er trifft den Pfosten, aber Achtung! Ah, klasse Aktion. Und so sieht ein Pass aus. Ja, Torwart will kein Risiko eingehen, klärt. Hat nur noch, und das müsste jetzt den Treffer geben, und der ist drin. Ja, schauen Sie mal, was da auf den Tribünen los ist. Darauf haben die Fans doch gewartet, auf so ein schönes Tor. Mensch, was für ein Einstand für den neuen Mann. Gleich im ersten Spiel ein Tor. Und jetzt drängen sie nach vorne. Nutzer die Chance. Eigentlich war der schon drin, aber irgendwie war der Torhüter noch dran. Na ja, Torhüter klärt hier erst mal. Der Verteidiger fälscht den Schuss ab. Da ohne Torhüter drichtet den Ball über das Feld. Oh, die Fahne ist oben. Oh, da müssen wir aber nochmal einen genauen Blick drauf werfen. Knappe Entscheidung, abseits ja oder nein. Technisch sauber sein Kopfballspiel. Und das ist eine sehr, sehr konzentrierte Defensivleistung bislang. Starker Kopfball. Und nach diesem Foul bleibt dem Schiedsrichter nichts anderes übrig. Freistoß. Und daraus könnte was werden. Ja, und ich glaube, jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz. Zeig ich da eine Karte oder nicht? Ja, ich weiß gar nicht, warum der Spieler hier meckert. Das war eine ganz klare gelbe Karte und die gibt's auch. Und nur raus damit, raus! Jetzt hat er den Platz. Und der Torwart bringt den Ball wieder ins Spiel. Tja, und das können auf diese Entfernung gesehen nicht allzu... Los, Schieß, Junge! Und jetzt muss er schießen. Und der passt ganz genau! Ist drin! Tor! Oh, das ist unglaublich! Diese Technik! Ein klasse Tor! Also über den Spieler des Tages brauchen wir uns jetzt nicht mehr zu unterhalten. Das war sein drittes Tor in dieser Partie. Traumhaft sicher läuft der Ball da durch die eigenen Reihen. Herrliche Ballstaffette da über mehrere Stationen. Also wenn die Flanke so dicht vor's Tor kommt, dann ist das überhaupt kein Problem für den Torhüter. Und weg mit dem Ball, denkt sich der Torwart. Und er spielt den Ball nicht nur lang, sondern auch exakt und präzise. Da kommt die Flanke. Weltklasse! Da hält es natürlich keinem mehr auf dem Sitzen. Was für ein Tor! Er ist noch ein Tor! Gabriele社! Ja, möglicherweise hat er die Situation damit zunächst mal bereinigt. Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball. Der Abwehrspieler hat sich den Ball geangelt. Oh, per Kopf, warum nicht? Ja, Achtung, jetzt brennt es. Es ist gut zu erkennen, dass sich die Spieler da für einen Einsatz bereit machen. Noch jenseits der Seitenlinie. Das wird sich gleich ändern. Der Trainer wird mindestens einen frischen Mann bringen. Ja, das hat er gut eingeschätzt. So wollen wir das sehen. Oh, da geht es ja mal ein Risiko ein hinten in der Verteidigung. Auch wenn jetzt hier auf Abseits entschieden wurde. Und klasse, wie er den Ball in die Spitze spielt. Oh, schade, da stand er ganz frei, aber halt auch im Abseits. Wenn wir jetzt nochmal in die Wiederholung hineinschauen. Ja, korrekte Entscheidung. Genau in den Lauf. Was für ein Schuss. Das ist es. Ja, schauen Sie doch mal, wie er den Ball trifft. Das ist das Tor des Spiels, das Tor des Monats. Ach, vielleicht sogar das Tor des Jahres. Ja, der Torhüter steht heute total neben sich. Und der Trainer sollte mal drüber nachdenken, ob er ihn nicht rausnimmt. Und jetzt gibt es hier noch zwei Minuten Nachspielzeit. Nicht schlecht. Ja, das ist natürlich das, was sich die Trainer wünschen. Kombinationsfußball. Und der Verteidiger stand genau in der Schussbahn, fälscht den Ball ab. So, das war's. 90 Minuten sind vorbei und wir müssen hinein in die Verlängerung. So, das war's. Perfekt getimt, der Ball landet genau beim Mitspieler. Schuss und der bleibt in der gegnerischen Affe. Und ein super Tor. Wahnsinn, was für ein tolles Tor. Und wie machen wir es jetzt? Knappe Führung, aber ist das jetzt richtig, schon auf die Defensive zu setzen? Und jetzt ist die Frage, können Sie Kapital schlagen aus Gießen? Und der Ball ist im Netz. Erstklassig, ein fantastisches Tor. Und jetzt müssen wir noch mal abwarten, ob der wieder... Das ist ja ein wahres Schützenfest heute. Unglaublich, was der für eine Übersicht hat. Und dann dieser Ball. Und der Mann, der da vorne steht, der hat jetzt auch Anspielstation. Und der Kopfball nach vorne bringt jetzt einen neuen Schwung. Ja, und jetzt spielt sie mit viel Druck nach vorne. Ja, es könnte sein, dass er die Situation damit geklärt hat. Jetzt muss die Abwehr aufpassen. Und das nennt man diszipliniertes Abwehrverhalten. Kann er die Möglichkeit nutzen? Hat gewährt, aber die Situation ist noch nicht geklärt. Und im Training haben sie sich darauf spezialisiert, auf gefährliche Eckbälle. Ich glaube, das war auch richtig so, dass er den Ball hier lieber wegfaustet, als dass er versucht, ihn zu fangen. Ja, und sowas läuft unter dem Oberbegriff Ballkontrolle. Und das ist Habzeit in der Verlängerung. So, und damit beginnt die zweite Hälfte der Verlängerung. Super Pass. Und der ging ganz knapp vorbei. Die nächste souveräne Abwehraktion. Jetzt sucht er den Abschluss. Oh, in solch einer Situation fehlt was. Das kann teuer werden. An die Latte aber trotzdem noch Achtung. Wunderschönes Tor. Was für ein Tor. Was für ein tolles Tor. Ja, der Keeper ist ganz klar der Schwachpunkt heute in der Mannschaft. Und die Sturme auf beiden Seiten geben heute wirklich alles. Wunderschönes Zuspiel. Das war ein klassen Schuss. Was soll er da anders machen? Am Ende war es halt einfach Pech, dass der Ball knapp über die Latte geht. Oh, das hat er gut gesehen. Oh, den hat er gehalten. Und wie, da war er mit den Fingerspitzen noch dran. Und hat er gut den eigenen Mitspieler gesehen. Und hier schauen wir uns nochmal die Wiederholung an. War das abseits? So, und jetzt läuft das Spiel wieder komplett in die andere Richtung. Genau so stellen wir uns das vor. Tja, wird aus dieser Gelegenheit nichts... Ah, der sitzt! Ein Tor mit absolutem Seltenheitswert. Klasse gemacht. Miserable Leistung des Torhüters. Ohne wenn und aber. Und der Trainer soll ihn jetzt eigentlich auswechseln. So, klasse Abwehrarbeit. Gutes Stellungsspiel. Und damit sind sie eine Runde weiter. Und das war eine klasse Leistung der gesamten Mannschaft. So, liebe Zuschauer, das war es von unserer Seite. Tschüss und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. efect presenter. Sekretende Musik. worlds Cody Stannik. Jangan knifze. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, das ist einfach super, dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball Das sieht sehr souverän aus. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, jetzt könnte sich was entwickeln. Und die Hintermannschaft riecht nicht gut aus, das gibt die Torchance. Jetzt hat er den Platz. Der Ball ist im Tor aus, Ecke. Der muss die Abwehr besser aufpassen, der steht ja ganz alleine vor dem Tor. Zum Glück für die Hintermannschaft. Der wird auf Abseits entschieden. Ja, das war mal eine Gefahr. Die erste Halbzeit ist vorbei und das Ergebnis ist schon recht eindeutig. 3 zu 1. Wir sind gespannt darauf, was die Zeit ist. Und die zweite Halbzeit bringt wird. Und die zweite Halbzeit läuft. Der ist gut, der ist lang und der kommt an. Gut nach vorne geköpft. Ein Pass wie aus dem Lehrbuch. Die erste Pass hinein in die Gefahrenzone. So, jetzt warten sie in der Mitte auf seine Hereingabe. Der ist drin! Boah, was war denn das für ein Ding! Unglaublich! Das war Treffer Nummer 30 in dieser Saison. Der Ball ist einfach unglaublich, Sebastian. Ja, das war's, ja. Ja, gucken Sie mal, das war ein Kopfball, wie aus dem Lehrbuch. Das war ein richtiger Zuckerpass. Und daraus könnte sich jetzt etwas entwickeln. Ja, und am Euro der Fans kann man erkennen, wie wichtig dieses Tor ist. Da bin ich überhaupt noch zu verstehen. Ein Tor mit absolutem Seltenheitswert. Klasse gemacht. Und das ist das Risiko, dass sie eingegangen sind mit dieser Offensiv-Taktik. Da ist man gegenüber kontert. Stark gefährdet. Erstklassiges Zuspiel. Herrlicher Pass. Der Rühle ist voll und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. Der Schiedsrichter greift zur gelben Karte. Er wählt die Übersicht und entscheidet sich genau für die richtige Anspielstation. Oh, den hat er übel erwischt. Der steht ja mindestens in der Nutzung. Bevor es um die Ruhmreich zu erkennen, muss er wissen, machen sich Wagen, jedenfalls der Seinplatz. Ja, und er hat einfach den Blick für das Spiel. Und der lange Ball kommt an. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Los, Schießjunge, was für ein Tor. Ja, schauen Sie doch mal, wie er den Ball trifft. Das ist das Tor des Spiels, das Tor des Monats. Ach, vielleicht sogar das Tor des Jahres. Ja, der Kipper ist ganz klar der Schwachpunkt heute in der Mannschaft. Ja, Gott, der Flanken. Ja, ich bin ein Tor des Monats. Ja, ich bin ein Tor des Monats. Ja, ich bin ein Tor des Monats. Ja, das sieht schon klasse aus, wie der den Ball mit dem Kopf weiterleitet. Im Strafraum, da sind schon die Stürmer. Jetzt muss er einfach flanken. Mein lieber Mann, das sieht der Trainer gerne. Oh, Leichtzinsballverlust und davon profitiert der Gegner. Gute Balleroberung, aber... Da gefällt der Trainer. Klasse, wie er den spielt. Also den Schuss müssen wir uns nicht unbedingt nochmal anschauen. Ein weiterer frischer Spieler auf dem Feld, damit der zweite wechselt. So, und jetzt läuft das Spiel wieder komplett in die andere Richtung. Schauen Sie mal, was der für ein Auge hat. Oh, super. Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Das ist unglaublich. Den hat er elegant angenommen. Ja, das Stellungsspiel war gefordert und er stand richtig. Und den Ball spielt er aus der Abwehr heraus. Jetzt ist er ganz frei durch. Was für ein Treffer. Ja, das ganze Stadion ist aus dem Häuschen. Was für ein unglaubliches Tor. Perfekt gemacht. Ja, ich kann von meinem Kommentar vom Platz aus sehen, liebe Zuschauer, dass sich da die Reservisten neben der Seitenlinie warm machen. Und es wird jetzt wohl zumindest eine Auswechslung geben. Miserable Leistung des Torhüters ohne Wenn und Aber. Und der Trainer sollte ihn jetzt eigentlich auswechseln. Und er versucht es mit der hohen Flanke. Oh, und das ist die Entscheidung. Das muss die Entscheidung sein. In allerletzter Sekunde fällt jedoch der Treffer. Ja, Turm, jetzt guckt doch mal, wie er sich freut. So ein Tor kurz vor dem Ende. Was für eine Dramatik. Tja, war's das? Können Sie jetzt die Führung über die Zeit retten? Mein lieber Mann, jetzt geht's hier ab. Tja, und wenn Sie es dem Abwehrspieler so leicht machen, bitte, schon hat er wieder den Ball. Jetzt schauen Sie mal, wie leicht das aussieht bei einem so hervorragenden Torhüter. Toll abgefangen. Und ohne diese Parade, da stünde das Spiel jetzt unentschieden. Klasse Zuspiel, gut getimed und ganz genau. Und hier die Abseitsentscheidung nochmal in der Wiederholung. Präziser Pass, gut angekommen. Sie haben den Mann bis jetzt eigentlich ganz gut im Griff. Und jetzt stand er auch noch mal abseits. Schöner Ball, weit in die Spitze. Klasse Zuspiel. Und da war er wieder auf dem Posten. Das ist ja kaum zu glauben, er hält den Ball. Die erste gute Aktion des Torhüters in diesem Spiel. So, das war's. Und ich glaube, Sie sind froh, dass der Schiedsrichter hier nicht noch drei, vier Minuten draufgelegt hat. Sonst wäre es noch enger geworden als ohnehin schon. Untertitelung von Fer. Sonst habe ich noch in einem Punkt gesehen. Entschuldigung, retuniana für Bel coeur auf und zu lassen. Torhüter Pass, den 13. Er macht den booking erault als Mann zu führen. Der Team ist ein nah adalah Punkt. Der Team ist vielulates, sondern hier auf sonstigen, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der Abwehrspieler blockt den Ball ab. Es ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindelig spielt. Also den Elfmeter muss er geben, ganz klar. Und jetzt stellt sich die Frage, gibt es darüber hinaus noch weit? Und der ist gut und der ist drin. Und mit solchen langen Bällen kann man auch mal eine ganze Abwehr aushebeln. Wir haben ein Halbzeitresultat. Es lautet 4 zu 1. Wenn Sie diesen Druck in den zweiten 45 Minuten aufrechterhalten, kann hier eigentlich nicht mehr viel passieren. Die zweiten 45 Minuten können beginnen. Oh, die Gefahr ist noch nicht vorbei. Jetzt ist er durch. Jetzt ist er vorbei. Und jetzt hat er hier die Chance. Tor! Aber ehrlich gesagt, im Moment ist das nur Ergebniskosmetik. Ja, schauen Sie mal, was da auf den Tribünen los ist. Darauf haben die Fans noch gewartet auf so ein schönes Tor. Das Tor sieht erstmal mehr nach Ergebniskorrektur aus. Der Rückstand ist noch deutlich. Die Nachwehr steht aber gut und der Ball gleich wieder zurückgekämpft. Ja, da lässt er den Ball laufen. Klasse zuspielen. Nur raus damit. Einfach weg aus der Gefahrenzone. So, jetzt müsste er den Ball ja reingeben. Also die Chance hat er vor Tag. Was für eine Übersicht. Und das müsste jetzt den Treffer geben. So, jetzt ist er frei durch. Er köpft den Ball aus dem Strafraum. Ja, das ist ja ein Kinderspiel für den Verteidiger. Jetzt müsste die Flanke kommen. So, die Spieler wärmen sich am Rande des Spielfeldes auf. Anscheinend will der Trainer hier zumindest eine Auswechslung vornehmen. Ja, so leichtfertig darf man sich hinten im Abwehrbereich nicht verhalten, auch wenn das gerade abseits war. Und wir schauen uns nochmal die Wiederholung dieser Abseitsstellung an. Tja, was wird er sich denken? Wenn der den Ball nicht haben will, dann nehme ich ihn halt. Ist doch logisch. Ja, das hat der Torwart souverän gemacht. Ja, aus dieser Situation können sie was machen. Achtung, jetzt brennt's. Und der Ball ist drin. Ja, das ist ein Tor, ein Augenschmaus. Herrlich. Ja, der Torhüter steht heute total neben sich. Und der Trainer sollte mal drüber nachdenken, ob er ihn nicht rausnimmt. Und zum dritten Mal wechselt er aus, der Trainer. Und damit ist das Kontingent erschöpft. Er hat den Zweikampf nicht gescheut und sich den Ball erkämpft. Oh, per Kopf, warum nicht? Absolut spitze. Da macht ihm keiner was vor im Drittling. Da stand er eigentlich zu weit weg vom Ball. Und trotzdem kommt er irgendwie noch dran, der Keeper. Und jetzt hat der Trainer sein Wechselkontingent voll ausgeschöpft. Hat drei frische Spieler. Die Abwehr steht gut. Da gibt's überhaupt kein Durchkommen für die gegnerischen Stürmer. Das war eine klasse Ballade. Ich glaub, der hätte genau gepasst haben. Und daraus könnte was werden. Das war schon sein zweites Tor. Ich will das aber wissen. Und daraus könnte sich jetzt etwas entwickeln. Unglaublicher Reflex von Keeper. Ja, manchen Torhütern ist das ja sogar ganz recht, dass sie ständig was zu tun bekommen. Ja, er rettet die Situation per Kopf. Hat nur noch... Jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt kommt, das war knapp. Jetzt sollt ihr überhaupt kein Zweifel mehr aufkommen, wer denn gleich als Sieger vom Platz geht. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Der weiß, wie man's macht. Die Flanke kommt in die Mitte. Den Ball gut unter Kontrolle. Freistoß. Gehalten. Mit den Fingerspitzen war er noch da. Ecke. Ja, solche Bälle hat er gerne. Der Torwart halbe Höhe, da kommt er leicht hin. Ja, und der Keeper spielt den Ball weit übers Feld. Ja, super, wie er sich da durchsetzt, wie er sich da einsetzt. Und jetzt hat er alle Möglichkeiten. Und jetzt gibt's hier noch zwei Minuten Nachspielzeit mit der Brust. Jetzt gehen sie zunehmend Risiken ein hinten. Aber hier nochmal ein Glück abseits. So, das schauen wir uns jetzt nochmal aus der Nähe an. Abseits, ja oder nein? Und da ist der Schusspfiff. Das Hinspiel haben sie gewonnen. Und das könnte ja vielleicht schon eine Vorentscheidung sein in Bezug auf das Rückspiel. Also, da sind, ja. Bis jetzt geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, und sowas läuft unter dem Oberbegriff Ballkontrolle. Superparade des Torhüters. Also wenn die Mannschaft hier trotz des Platzverweises gewinnen sollte, kann sie sich bei ihrem Torhüter bedanken. Richtig so. Und der passt ganz genau, ist drin, Tor. Ja, das ist doch ein immens wichtiges Tor. Jetzt werden die letzten Minuten noch spannender. Und wenn sie jetzt noch ausgleichen, da bin ich sicher, dann steht das Stadion hier Kopf. Aber schauen wir auf die Uhr. Sie haben nicht mehr so viel Zeit. Und jetzt hat der Trainer sein Wechselkontingent voll ausgeschöpft, hat drei frische Spieler. Super Annahme hier. Hat nur noch den... Und mit den Fingerspitzen wird er den Ball so eben noch ab. Ein guter Ball über eine weite Entfernung. Ja, Tom, den hat er richtig gut gehalten. Bloß weg mit dem. Das wird sich der Torwart gedacht haben. Das ist der Sieg. Und es war eine gute, eine souveräne Vorstellung. Und so könnte sie jetzt zuversichtlich ins Finale gehen. Ich bin da. Io. Ja. Immer noch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Klare Entscheidung des Schiedsrichters, das muss Abschluss geben Ja, wunderbar gesehen! Ja und hinten darfst du keine Fehler machen, lieber einfach mal weg mit dem Ball Ja und dafür hat er das Auge klasse gespielt! Und der Mann der da vorne steht, der hat jetzt auch Anspielstation! Ja, kein Problem, ein solcher Flankenball abzufangen! Der Ball nach vorne gepasst! Und da sieht man in der Mannschaft, stimmt's! Solche Pässe, die schauen wir uns gerne an! Oh, warum geht der denn da so rein? Das muss Freistoß geben! Da kann sich der Spieler beim Schiedsrichter bedanken, dass er für... Schön abgeblockt den Ball, da steht die Mauer genau richtig! Kann er die Möglichkeit nutzen? Was für ein Schuss gegen die Latte! Ja, der ist gut, der ist lang und der kommt ab! Und klasse, wie er den Ball in die Spitze spielt! Jetzt hat er den Platz! Hat gewährt, aber die Situation ist noch nicht geklärt! Ecke! Ja, und das sah gut aus, wie er den Ball da geklärt hat! Das war schon klasse zum Spiel! Deutliche Abseitsstellung hier! Sehen wir uns die Situation in der Wiederholung an! War das wirklich Abseits? Ja! Er wählt die Übersicht und entscheidet... Und jetzt muss er schießen! Im letzten Augenblick noch so eben geklärt! Der Schiedsrichter zeigt in Richtung Eckfahne! Ja, und das sieht gut aus, wie die Abwehrspieler da hinten die Räume hinmachen! Und das müsste jetzt den Treffer geben! Und jawoll! Tor, Tor und nochmal Tor! Ja, und hören Sie mal, was jetzt auf den Ring los ist! Ein wunderschöner Treffer! Ja, also der braucht ja eine ganze Menge Torchancen, aber irgendwann trifft er dann doch, so wie in dieser Situation! Und so soll das aussehen! Und sie werden immer ausfüllen! Klasse Abwehrarbeit! Gute Stellungsspiel! Und wird Schuss abgepumpt! Gute Stellungsspiel! Gute Stellungsspiel! Gute Stellungsspiel! und überhaupt kein Problem für den Torhüter. Der Torhüter spielt den Ball weit nach vorne. Ja, das war ein müdes Foulspiel. Ich weiß auch nicht, aber der Schiedsrichter sieht keine Veranlassung. Und er kommt mit dem Ball an der Mauer nicht vorbei. Ah, der war schon über der Linie. Es gibt Eckball. Ja, es könnte sein, dass er die Situation damit geklärt hat. Jetzt kommen, jetzt kommen. Den muss er doch eigentlich verwandeln. Und den haben viele schon drin gesehen, aber der Torhüter war mit dem Reflex noch da. Aber das hat der Torhüter gut gemacht, wie er auf den Spieler zuläuft. Toll beendet von ihm, diese Aktion. Ja, und da legt der Torhüter seine ganze Kraft in diesen Ball. Bringt den Ball gut unter Kontrolle. Der Schiedsrichter entscheidet auf Elfmeter, ohne Frage. Und jetzt können wir nur hoffen, dass sich der Spieler da... Und er scheitert, nicht verwandelt. Und jetzt heißt es, Zurückmarsch, Marsch, ab ins eigene, jetzt noch leere Tor. Gegen diese Abwehr eine Lücke zu finden, das ist verdammt schwierig. Das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Ja, die Fahne des Schiedsrichterassistenten ist oben. Freistoß. Und gerade einen solchen Freistoß darf man seinem Gegner natürlich nicht schenken. Und der geht ja meterweit am Tor vorbei. Jetzt müsste er eigentlich verhalten. Ja, das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. So was kann der Schiedsrichter natürlich nicht durchgehen lassen. Er gibt gelben. Ich weiß nicht, warum über diese gelbe Karte überhaupt diskutiert. Ja, klasse, wie der Abwehrspieler da mitgespielt hat. Den Ball noch abfälscht. 1 zu 0. Und damit wissen wir, dass für die zweite Hälfte eigentlich noch alles drin ist. 2 zu 0. Und damit wissen wir, dass für die zweite Hälfte eigentlich noch alles drin ist. Wir sind gespannt darauf, was die zweite Halbzeit bringen wird. So, wir sind bereits zur zweiten Halbzeit. Schiedsrichter auch. Spieler sind alle da. Auf geht's. Ja, schönes Zuspiel jetzt. Ja, wo bleibt die Flanke denn? Ja, und mit breiter Brust kommt er da an den Ball. Ganz sicher geklärt. Ja, und das hat der Torwart souverän gemacht. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Was bleibt dem Schiedsrichter anderes übrig, als für dieses Foul die gelbe Karte zu zücken? Ja, schlicht und eine Reise unternehmen. Genau so stellen wir uns das vor. Ja, also die Abseitsfalle funktioniert. Das kann man nicht anders sagen. Oh, das müssen wir uns noch mal in der Wiederholung angucken. Das war nicht so leicht zu entscheiden, ob das Abseits war. Und der Ball ist schnell aus der Gefahrenzone wieder raus. So, genau auf den Keeper. Ja, das wird gefährlich. Jetzt muss die Abwehr aufpassen. Fantastisch, die Parade. Da muss er sich ganz, ganz lang machen. Und zum zweiten Mal zur Stelle. Also die Wiederholung müsste uns jetzt aufklären. Stand er im Abseits oder stand er nicht im Abseits? Gute Aktion. Nutze die Chance. Und wir schauen uns noch mal die Wiederholung dieser Abseitsstellung an. Alle Angreifer sind jetzt in der gegnerischen Hälfte postiert. Ganz schwache Flanke. Gut verteidigt. Und er überläuft die Abwehrspieler. Ja, das könnte eine gute Chance werden. Aber jetzt müsste er auch flanken. Und direkt auf den Verteidiger gespielt. Ein weiterer frischer Spieler auf dem Feld. Damit der zweite Wächslein. Ja, da hat er den Braten gebrochen. Ja, klasse Kontermöglichkeit jetzt. Ja, und ich glaube, der ist immer ein bisschen vom Fuß gerutscht. Und die Situation ist noch nicht bereinigt. Auch wieder mit den Fingerspitzen, da vorher noch dran war. Und er passt den Ball weit nach vorne. So, jetzt wechseln beide Trainer aus. Das ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindelig spielt. Und der Verteidiger stand genau. Was für ein Tor. Ja, schauen Sie mal, was da auf den Tribunen los ist. Darauf haben die Fans doch gewartet. Auf so ein schönes Tor. Also dafür hat er auch gerackert. Für dieses Tor. Das er jetzt endlich, endlich erzielt hat. Klasse Einsatz bei den Zweikarten. Keine Chance für den Gegenspieler. Gute Abwehrleistung. Den Ball in die eigenen Reihen zurückgerollt. Und hier im Stadion waren schon viele aufgesprungen. Dachten, der Ball sei drin. Nichts da. Der Kipper ist noch rechtzeitig zur Stelle. Weg mit dem Ball. So, jetzt hat er den Ball. Und jetzt hat er mehrere Möglichkeiten. Ja, und der Verteidiger ist noch rechtzeitig. Ja, und der Verteidiger ist noch rechtzeitig. Und hier warm machen. Und da fällt der Schuss nicht schwer, dass der Trainer gleich mindestens eine Auswechslung vornehmen wird. So, und damit sind sie wieder in Ballbesitz. Wir schauen uns in der Wiederholung nochmal an. Abseits. Ja oder nein. Abseits. Gute Abwehrlast. Ja, und die Wiederholung zeigt deutlich, das war schon korrekt entschieden. Klasse Pass. Ja, fehl Pass. Ja, das war eine Abseitsposition, aber trotzdem so frei darf der eigentlich gar nicht an den Ball kommen. Und hier die Abseitsentscheidung nochmal in der Wiederholung. Das werden drei Minuten nachgespielt. So, und jetzt nach dem Ball hat er die Möglichkeit. Und dieses Resultat im Hinspiel sorgt dafür, dass das Rückspiel völlig offen ist. Da gibt es noch kein Taktieren. Da gibt es noch kein Taktieren. Da gibt es noch kein Taktieren. Untertitelung des ZDF, 2020 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 so jetzt hat er platz für die abwehrkunft probleme geben wenn er jetzt lang kein problem für die torhüter situation gut eingeschätzt das war eine klasse parade des torhüters er rettet die situation per kopf ja gut abgewehrt aber auch nicht geklärt fehler und ab geht die post das gibt eine chance er findet den freien mann und jetzt geht er vorbei absolut spitze da macht ihm keiner wo den muss er jetzt verwandeln weg mit dem ball so jetzt muss es schnell gehen gute konter gelegenheit und weg mit dem ball denkt sich der torwart er holt sich den ball gut gemacht jetzt die augen nur noch auf den ball gerichtet die situation eingeschätzt und zunächst mal die gefahr bereinigt so jetzt muss er den ball nach innen ziehen nee das kann er viel besser viel viel besser als in dieser situation ja das gibt natürlich freistoß ist doch ganz klar aber es war unnötig der gegner war ja noch nicht mal den ball besitzt klasse zu spiel jetzt hat er raum und jetzt muss weg mit dem weg und da sieht man in der mannschaft stimmen solche pässe die schauen wir uns gerne an und was war der ursprung für diesen treffer na der klasse einbruch aber der abwehrspieler steht auch er geht es ballverlust hat nur noch da hat er geahnt wohin der ball kommen würde und die fingerspitzen noch an den ball und da zeigt er übersicht und spielt den ball lang und genau guter spielzug ja und wenn sie es dem abwehrspieler so leicht machen bitte schon hat er wieder den ball und sowas läuft unter dem oberbegriff ballkontrolle jetzt hat er den platz tolle flanke nutzt er die chance ganz knapp geht der ball vorbei klasse abstoß raus auf den flügel klasse wie er den freien mann sieht super pass was hatte sich dabei gedacht müsste er eigentlich die gelbe karte sehen das ist ja die völlig richtige entscheidung hier das gibt gelb hat um das ist natürlich jetzt schon die zweite gelbe karte für dieses team also alter die hat der torhüter alles im griff gut gesehen und das müsste jetzt den treffer geben klasse bringt die fingerspitzen noch dran aber achtung das war ein wunder der abseitstand hier 1 zu 0 damit sie so weitermachen in den zweiten 45 minuten wird sich hier nicht mal viel ändern an dem ausgang da wird nicht mehr viel passieren wir sind gespannt darauf was die zweite abzeit bringen wird so wir sind bereit zur zweiten abseits mit auf geht's und 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 Ein schöner langer Wald. Und jetzt muss er schießen. So, jetzt wird es gefährlich. Der Ball geht neben das Tor. Sie versuchen die Führung auszubauen. Und einfach mal auf den Kasten. Und der ist drin. Ein Tor mit absolutem Seltenheitswert. Klasse gemacht. Ja, und jetzt hat er die Möglichkeit, in einem Spiel drei Treffer zu erzielen. Da sieht er die Lücke. Und vorher ist die Gefahr gebackt. Sie halten sich hier wirklich nicht zurück. Die wievielte Karte war das jetzt? Abseits, gute Abwehrleistung. Wir schauen uns in der Wiederholung nochmal an. Abseits, ja oder nein. So, mindestens eine Auswechslung steht bevor. Das scheint so gut wie festzustehen. Und dann haben wir gesehen, die Spieler machen sich da am Spielfeldrand doch schon intensiv warm. Bereiten sich auf einen Einwärtsfall. Ja, und der Mann weiß, wo die Bälle hin müssen. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Und dafür müsst ihr jetzt gelb sehen. Und das passiert auch so. Ja, man kann ja über den Schiedsrichter sagen, was man will. Aber diese gelbe Karte gibt mir völlig in Ordnung. Schön nach vorne geköpft. So, jetzt stellt sich die Frage, was stellt er mit der Möglichkeit an? Er hat im Prinzip alle Optionen. Und klasse, dass der Ball auch noch den richtigen Adressaten findet. Und was macht der Schiedsrichter? Der lässt weiterspielen. Ich glaub's nicht. Der Ball war ganz woanders und der Schiedsrichter gibt gelb. Und der Spieler kann froh sein. Da hätte man auch über Rot nachdenken können. Das ist Verwarnung Nummer zwei. Hoffentlich geht das nicht so weiter. Jetzt muss die Flanke kommen. Herrlich hereingezogen. Ja, den kann er nicht festhalten. Ist das gute Abwehrarbeit? Nein, daraus könnte sich was entwickeln. Ja, das sieht gut aus. Jetzt könnte er abspielen. Braucht er aber nicht. Und wenn jetzt die Flanke kommt, dann ist die Gelegenheit da. Und den hat er gut reingebracht. Ja, in diesen Schuss musst du dich erstmal reinwerfen. Das hat er getan, war auch wichtig. Souverän gemacht. Ja, so leichtfertig darf man sich hinten im Abwehrbereich nicht verhalten, auch wenn das gerade abseits war. So, der Trainer bringt jetzt hier gleich zwei frische Spieler in die Partie. Ja, da sieht er die Lücke. Ja, das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. Natürlich wird er den Ball treffen, aber er hat den Gegner erwähnt. Der Verteidiger fälscht den Schuss ab. Und im Training haben sie sich darauf spezialisiert, auf gefährliche Eckbälle. Schauen wir mal, was daraus wird. Ja, und jetzt versuchen sie natürlich jegliche Gefahr vom Tor fernzuhalten. Und das klappt ganz super. So wollen wir das sehen. Und sie stürmen nach vorne. Ah, klasse Aktion. Ja, er ist der Spezialist für solche Bälle. Weit und präzise. Ja, das ist das Ergebnis, wenn du als Abwehrspieler gut stehst. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Und jetzt müsste sich aus der Situation eigentlich was entwickeln. Da ist einfach kein Durchkommen. So, Ausschluss vorbei. Das Spiel ist gewonnen. Und da kann man im Prinzip nur gratulieren. Das Spiel ist gewonnen. Das Spiel ist gewonnen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ja das ist schon klasse wie der verteidiger da hinten steht jetzt hat er den platz jetzt ist er ganz frei durch die zuschauer sind außer sich von vorn das ist unglaublich diese technik ein klasse tor der kiefer ist ganz klar der schwachpunkt heute in der mannschaft wie sie den ball zurückgeholt haben guter einsatz ganz sauber den zweikampf geführt und dem gegner den ball abgeluchst oder dagegen spieler aber geschaffen souverän gemacht das ist eine lücke so jetzt muss er den ball nach hinten ziehen so jetzt stellt sich die frage was stellt er mit der möglichkeit an er hat im prinzip alle optionen nach den ersten 45 minuten steht es 3 zu 0 das halbzeit resultat ist keine überraschung sie haben sich in den ersten 45 minuten einfach mehr chancen erarbeitet ich denke die führung geht völlig in ordnung wollen sie sich mit uns auf die zweite halbzeit geht wieder los ja den ball holt er den gegner förmlich vom fuß aber der abwehrspieler steht auch goldrichtig ja das sieht schon klasse aus wie wir den ball mit dem kopf weiterleiten er ist klassik ein fantastisches tor was hatte der schon für chance heute gut ab vor dem spieler hat nicht aufgegeben und jetzt hat er das tor erzählt erste auswechslung des trainers in dieser begegnung so den ball haben sie schon mal jetzt müssen sie nur noch kapital aus der situation schlagen und da war wieder auf dem posten wenn er den nicht rein macht wie viele chancen will er dennoch bekommen der tor hat toll gehalten und der keeper befördert den ball aus der gefahrenzone guter pass genau auf den freien mann ja das sieht gut aus ja das sieht gut aus ja das ist schon souverän wie sie hinten in der abwehr stehen und jetzt muss er schließen achtung die gefahr ist noch nicht vorbei und sie sind nicht nur als einheit stark sondern auch die einzelspieler machen dahinten einen ganz souveränen eindruck das ist ein schuss und der trifft die latte nicht schlecht ein wunderschöner was hat nur noch das war eine klasse parade desto das das war nicht einfach auf die distanz genau den eigenen mann anzumisieren den kopfball hat er gut getroffen aber der ball geht weit am tor vorbei ja ich kann von meinem kommentator platz aussehen liebe zuschauer dass ich da neben der seitenlinie wahr machen das wird jetzt eine auswechslung geben und klasse wie er den ball in die spitze spielt ja das ist doch eine ganz klare aktion gewesen da muss es freistoß geben und gerade einen solchen freistoß darf man seinem gegner natürlich nicht schenken und zum dritten mal wechselt er aus der trainer und damit ist das kontingent erschöpft die abwehr steht gut da gibt es überhaupt kein durchkommen für die gegnerischen stürmer nicht mehr geheimnis aber Untertitelung des ZDF, 2020 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 osaus� най-reimt Summatione Treintech, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's. 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 useig geklärt. Das war's. Das war's. This war's. This power. Kampfverhalten, diese Technik am Ball. Da rettet die Latte. Das ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindlig spielt. Nutzt er die Chance? Und er trifft Alu. Klasse, wie er den spielt. Auweia, das sah überhaupt nicht gut aus. Oh, das sieht gar nicht gut aus für die Verteidigung. Und auf der Linie hat er ohnehin seine Stärken und den hat er super rausgeholt. Ah, das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht der das? Wo mit den Fingerspitzen wird der den Ball so eben noch ab? So, jetzt geht's wieder in die andere Richtung. Und das war schon toll, dieser Pass. Riesenmöglichkeit. Was für eine Reaktion. Ja, und jetzt spielen sie sich hier in einem Rausch. Oh, das ist unglaublich, diese Technik. Ein klasse Tor. Das weiß man doch, das weiß man doch, dass der gute Freistöße schießen kann. Oh, klasse, wie er den Ball da mit der Brust annimmt. Ja, jetzt könnte sich hier was entwickeln. Und es gibt ja kaum jemand, der den Ball so in den... Ja, der Ball landet genau in den Armen des Torhüters. Klasse Pass hinein in die Gefahrenzone. Mein lieber Mann, das sieht der Trainer gerne an. Na, das ist doch mal eine komfortable Führung zur Pause. 5 zu 0. Ja, eine völlig verdiente Führung. Gutes Spiel. Oft am Ball gewesen. Also, das Halbseitergebnis geht völlig in Ordnung. Ja, gleich beginnt die zweite Halbzeit. Und ich bin wirklich mal gespannt, ob wir hier noch ein Comeback erleben werden. Und der Abwehrspieler geht dazwischen. Oh, die Fahne ist oben. Und hier die Abseitsentscheidung. Nochmal in der Wiederholung. So, die Spieler wärmen sich am Rande des Spielfeldes auf. Anscheinend will der Trainer hier zumindest eine Auswechslung vornehmen. Ich glaube, der war knapp im Abseits. Der Verteidiger war auch noch da. Ärgerlich. Oh, das müssen wir uns nochmal in der Wiederholung angucken. Das war nicht so leicht zu entscheiden, ob das Abseits war. Er befördert den Ball per Kopf aus dem Strafraum. Und jetzt muss er schießen. Jetzt heißt es eigentlich nur noch Nerven bewahren. Und das passt. Und der ist drin. Und die Fans sind da und feiern. Oh, was war denn das für ein Ding? Unglaublich. Und so schnell kann das gehen ausgekontern. Und zwar in klassischem Stil. Und irgendwie bringt der Verteidiger da noch den Fuß. Und was für eine klasse Tat. Ja, Rühle ist faul. Und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. Ja, wundert sich hier einer im Stadion, dass der Schiedsrichter... Richtige Entscheidung. Gut weggeköpft. Und das sieht so leicht aus, so locker, wie der mit dem Ball umgeht. Und mit solchen Flankenbällen kannst du natürlich keine Abwehr aus den Angeln heben. So, jetzt wird's gefährlich. Da waren die Zuschauer schon aufgesprungen. Fast alle hatten den Ball drin gesehen. Und er bringt die Fingerspitzen noch dazwischen. Ja, was macht denn der Stürmer mit dieser Chance? Aber, Kompliment, der Torhüter hat toll aufgepasst. Ja, wie ich sehe, machen sich da eine Reihe von Spielern neben der Seite liegen gewahren. Ja, da werden wir jetzt wohl gleich mindestens eine Auswechslung erleben. Und so soll das aussehen. Gut aufgepasst, aufmerksam. Die Situation richtig eingeschätzt, der Ball zurückgehofert. Da war eine Pau... So, jetzt ist er frei durch. Ein wunderschöner Pass. Der Ball streift am Pfosten vorbei. Ja, das war ganz knapp. Und sie hätten ihre Führung durchaus ausbauen können. Ja, eine weitere Auswechslung des Trainers. Seine zweite heute. Ja, durchaus mit... Was für ein Tor! Was für ein Tor! Was für ein tolles Tor! Ja, und jetzt hat er die Möglichkeit, in einem Spiel drei Treffer zu erzielen. Und das war gut gespielt. Ja, Passspiel gehört zu seinen Stärken. Ja, und wenn das keine Abseits war, dann weiß ich es auch nicht. Doch, klar, war es. Ja, und die Wiederholung zeigt deutlich, das war schon korrekt entschieden. Ja, der Mann kann hohe Bälle schlagen. Und da war er wieder auf dem Posten. Ja, ich glaube, da hätte der Schiedsrichter-Assistent gar nicht die Fahne heben müssen. Das hat der Unparteische schon selbst gesehen abseits. So, jetzt wechseln beide Trainer aus. Guter Spielzug! Er erklärt die Situation mit diesem Kopfball. Ja, und sie haben sich den Ball schön wieder zurückerobert. Ja, und ich glaube, jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz. Zeige ich da eine Karte oder nicht? So, jetzt... Und der Freistoß geht genau in die Mauer. Abgewährt, aber das könnte noch was geben. Und mit den Toren scheint das heute überhaupt kein Ende mehr zu geben. Ein Tor mit absolutem Seltenheitswert. Klasse gemacht. Und zum dritten Mal wechselt er aus, der Trainer. Und damit ist das Kontingent erschöpft. Miserable Leistung des Torhüters ohne Wenn und Aber. Und der Trainer sollte ihn jetzt eigentlich auswechseln. Oh, Freistoß, sagt der Schiedsrichter. Ja, der Ball war nicht nur lang, sondern auch genau gespielt. Tor! Ja, schauen Sie mal, was da auf den Tribünen los ist. Darauf haben die Fans noch gewartet auf so ein schönes Tor. Oh, das war schon sein zweites Tor. Heute will das aber wissen. Ja, und solche Bälle zeichnen einen guten Mittelfeld. Ja, und so setzt man natürlich die Abmühe los, fängt der Keeper diese Flanke ab. Ja, und da legt der Torhüter seine ganze Kraft in diesen Ball. Im letzten Augenblick noch so eben geklärt. Lang wird es nicht mehr dauern, bis der Schiedsrichter abpfeift. Und das Spiel ist natürlich schon längst entschieden. Ja, und hinten darfst du keine Fehler machen. Lieber einfach mal weg mit dem Ball. Das war abseits. Sehen wir uns die Situation in der Wiederholung an. War das wirklich abseits? Ja. Nee, wir haben noch zwei Minuten nachgespielt. Genau so stellen wir uns das vor. Jetzt hat er den Platz. Und der passt genau in den Knick. Ja, das ist ein Tor, ein Augenschmaus. Herrlich. Ja, und jetzt stellt sich die Frage, macht der hier noch eins? Das war schon sein zweiter Treffer. Präzise gespielt. So, das Spiel ist aus. Der Schiedsrichter pfeift die Partie ab und sie haben gewonnen. Und das ist natürlich das, worauf die Fans gewartet haben. Und der Jubel kennt überhaupt keine Grenzen mehr. So, ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause im Wohnzimmer für die Aufmerksamkeit. Und ich bedanke mich auch bei Sebastian Hellmann. Für seine Kommentare, für seine Analysen. Und ich, Tom Bayer, bedanke mich auch bei Ihnen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und ich glaube, dass wir bei Ihnen also einen Tag sind. Und ich, Tom Bayer, bedanke mich auch bei Ihnen. Und ich hoffe, diese Fragen zu Ihnen. Und ich hoffe, dass wir noch mal ein paar Prima. Und ich hoffe, dass wir jetzt nicht! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja und der Keeper spielt den Ball weit übers Feld. Ja und jetzt spielen sie mit viel. Klasse! Bringt die Fingerspitzen noch dran, aber Achtung! So, jetzt wäre die Gefahr erstmal wieder gebannt. Kann er die Möglichkeit nutzen? Ja, jetzt müsste die Flanke gleich kommen. Ja, der Ball war im Tor aus, ganz klar und das muss jetzt Abstoß geben. Ja, es ist gut zu erkennen, dass sich die Spieler da für einen Einsatz bereit machen, noch jenseits der Seitenlinie. Das wird sich gleich ändern, der Trainer wird mindestens einen frischen Mann bringen. Ja, steht mindestens eine Perspektive. Bevor ist von Jürgen gleich zu erkennen, dass er wissen, machen sich wahr. Die Flanke hätte ein bisschen scharfer kommen müssen, dann wäre es, glaube ich, schwieriger geworden. Ja, faul, aber der Schiedsrichter gibt wohl keine gelbe Karte. Oh, klasse, der lange Ball. Marco, den muss er jetzt verwandeln. Sehr gut gerettet vom Verteidiger in dieser Szene. Gute Flankenmöglichkeit jetzt. Der Abwehrspieler hat sich den Ball geangelt. So, jetzt stellt sich die Frage, was stellt er mit der Möglichkeit an? Und jetzt muss er schießen. Und mit dem Fingerspitzbärte den Ball so eben noch. Super gemacht. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Da müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. So, unglückliches Zweikampfverhalten. Er kommt dann ein Tick zu spät und deswegen sieht er gelben. Ja, faul, gelbe Karte, richtige Entscheidung. So, die Spieler wärmen sich am Rande des Spielfeldes auf. Anscheinend will der Trainer hier zumindest eine Auswechslung vornehmen. Und die Entfernung war beträchtlich, trotzdem kommt der Ball an. Und das Dribbling, jetzt heißt es eigentlich nur noch Nervenbewahrung. So, und jetzt doppelte Auswechslung. Gleich zwei Spieler kommen neu in die Partie. Ja, das sieht gut aus. Tja, doppeltes Pech für den Angreifer. Er wird gut markiert und läuft dann auch noch ins Abseits. Und der Lagerball findet auch noch einen Mitspieler. Perfekt. Alle Angreifer sind jetzt in der gegnerischen Hälfte postiert. Jetzt hat er den Platz. Das war schon ein klasse Zuspiel. Er läuft auf das Tor zu, das sieht eigentlich gut aus. Und das passt, jetzt sollten Sie mal sehen, was hier los ist. Wahnsinn, was für ein tolles Tor. Ja, da kannst du trainieren, so viel wie du willst. Aber nur wenn die Ecke so präzise kommt, dann fallen solche Tore. Da sind die volles Risiko gegangen und haben alles nach vorne geworfen. Und mit diesen Toren sind sie belohnt worden. Ja, und hier die klare Entscheidung. Abstoß. Super Parade des Torhüters. Ja, was macht denn der Stürmer mit dieser Chance? Aber Kompliment, der Torhüter hat toll aufgepasst. Und damit öffnet er das Spiel. Und ich danke ja, die ein oder andere Unterbrechung in dieser Partie. Deswegen drei Minuten Nachspielzeit. Der Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß. Das war um Haaresbreite am Elfmitten. Tor! Wunderbar, einfach wunderbar. Ein wunderschönes Tor. Und der Trainer zeigt es an da unten. Es kann jetzt nur noch nach vorne gehen. Ausgleich muss her. So, in Ballbesitz sind sie. Aber jetzt muss natürlich gleich der nächste Pass kommen. Und jetzt heißt Abwehr aufgepasst. Oh, das könnte jetzt ganz gefährlich werden. Wenn er jetzt nutze, die Chance. Starker kommt die Ball. So, das Spiel ist aus. Der Schiedsrichter pfeift die Partie ab und sie haben gewonnen. Und das ist natürlich das, worauf die Fans gewartet haben. Und der Jubel kennt überhaupt keine Grenzen mehr. So, liebe Zuschauer, das war es von unserer Seite. Tschüss und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und alles Gute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020